Hey Kinder, was geht bei euch ab? Willkommen zur nächsten Wingman-Folge. Ich mache dir gerade einen Lauf. Berl, sag doch mal was. Ja, wir haben hier gerade eine schöne Win-Streak am Laufen, die wollen wir natürlich nicht unterbrechen. Nämlich, wir haben schon einen ganzen Win. So sieht's aus. Der zweite Folge, easy. Ja, wir kosten jetzt richtig ran, wenn die hier... Oh, entfernen wir schon wieder, guck mal da. Aber diesmal zwei richtige Gegner hier. Genau, jetzt sind wir hier schon warm gespielt. Das war halt echt bitter, dass der eine Freund einfach sein Maid verloren hat. Also im 2-on-2 ist es schon wirklich hart. Ja. Okay, let's go. Fuckin' hold you! Wird auch natürlich wie immer hier bei den Wingmans zum zweiten Mal ungeschnitten sein. Und mein Mikrofon ist diesmal runtergepegelt. Am letzten Mal war es etwas übergepegelt. Hier ist der neue PC und so, da muss man sie erstmal einfinden. Ich bin... Ich werde gerade als gelb an. Achso, ja, gelb an. Okay, alles gut. Wie ich ihm einfach in Humo gedrückt hab. Demnächst auch. Wow, was ist mit meinem Ping los? 90? Schlechter Server oder was? Bei mir hängt es auch ein bisschen. Das ist ultra hart, ultra hart. 92er Ping. Ich mach grad voll die verzögerten Headshots, aber ziemlich üble dafür. Oh yeah, schön einschüchtern. Letztlich ist es runtergegangen, jetzt passt es wieder. Okay, das Warm-up. Das verstehe ich nicht ganz, warum das so lange dauert hier im 2-on-2. Da sollte es doch eigentlich so sein, dass wenn alle da sind, dass es dann noch 10 Sekunden sind oder 15, dann geht's los. Na, eigentlich schon. Let's fucking... Derm. Dude, this is your Dermstein. Oh! Jetzt zurückgeschwittert gar nix, hey. Das wird so easy peasy. Lemon squeezy. 130er Ping. Easy. Okay. Hello, Team. Guck dir mal, was ich hab für den 5-7. Hast du eine... Ne, oder? Walla, zeig doch mal den 5-7. Achso, wir sind ja im Spiel. Wir sind ja im Spiel, alles cool. Wir sind ja im Spiel. Ja, Wollo. Easy. Da hat er den Insta-Headshot gedrückt bekommen, Alter. Jetzt hab ich deine Blueprint. Die ist auch nicht schlecht. Nice. Feese! Ja, ich glaub sogar, ich weiß doch ungefähr, von welchem Herren du die wahrscheinlich bekommen hast. Und zwar... Ich weiß den Namen nicht mehr. Du-G-G-G-Ghost Rider... Ghost Rider! Alright. Cool alter Kaiser! Ähm, er hat mich angeschrieben und, ähm, mir gesagt, da ich jetzt die andere, da ich die schon hab, will er dir sie schenken, die er hat. Wow krass, nice! Dann hab ich gesagt, ah jo, hau das Ding raus, Alter! Ich wird angeschossen von irgendwo, keiner Ahne. Wir sind down mit oder in die Apps rein. Wir könnten in die Apps rein. Also vielen Dank Ghost Rider hier auch nochmal über den Boom-Bub. Ich werde da glaube ich auch noch mehr in meinem Video bedanken. Echt sehr nett von dir. Geile Skin. Five-Seven. Hyper-Beast. Dann bringen die die AK-Hyper-Beast raus. Hoffentlich bald, hey. Ey, wo sind die hin? Die sind auf jeden Fall second mitgegangen, aber sie können ja nicht weit laufen eigentlich. Ja, Mitte wieder! Drecksack! Oh yeah! Es läuft schon wieder, es läuft, es läuft. Ja, also die ist ultra, ultra nice, die Hyper-Beast. Das ist einfach fucking sick. Das haben ja auch ein paar diese Mäuse geschickt, dass ich mir da so eine Maus kaufen soll, so eine Hyper-Beast-Maus. Aber die sind ja ultra überteuert. Komm. Sehr gut. Easy. Ich muss jetzt auch reinrennen. Ich will nur noch mal Kills machen. Ich habe einen Molli geschmissen. Die standen beide drin, waren völlig überfordert. Oh nein. Oh Gott, du hast vor sich eine Auge gekauft. Oh, wie er angebissen ist in der Auge. Das ist doch die Ricochet, oder? Ricochet? Das ist die Ricochida. Das ist doch die Rembo-Jundedo. Heißt das die, ne? Shit, dude, hier ist nön, los, nön. On-Spot. Äh, vorm Spot steht einer, vor dem Heuballen. Wagen. Öh, leck, leck. 80 habe ich ihm gedrückt. Lächerlich. Ich habe einfach aufgehört zu schießen. Er ist Low-HP. War der schon weg, ne? Ne, ne, aber ich denke, ich denke, dass der andere Apartments war, während ich gegen ihn gekämpft habe. Die sind bestimmt beide On-Spot. Einer, wie gesagt, Low-HP. Die flashen dich einfach. Nice, beide On-Spot. Nice. Alter, die werden die zermöbeln. Was ist denn der höchste Rank hier auf, ähm, auf diesem Wingman, weißt du das? Äh, 10. Stufe 10 ist, glaube ich, das höchste. Easy peasy. Da werden wir, denke ich, mal heute noch hinkommen, ne? Ja. 4 und 5 ist ja ungefähr 10 und 11. Get you right. Okay. So, wir jetzt beide Mitte aggressiv peaken, wir hinten ab von einer Mikrosekunde. Beide Platten. Okay, komm. Mach' mal. Ich bin nicht, wenn sie wieder second mit. Ich flash mal kurz rein. Jo. Oh, der ist schon da. Oh, er kickt mir. Low-HP, nice, nice. Oh, ich bin wieder kurz geleckt. Ja, das ist... Ich hab' mir noch nicht aufgegeben. Guck mal, die Kollegen haben auch schon... Die Kollegen haben... Äh, die Gegner haben voll die hohen Ping... Pinks. Was geht ab? Pinks. Was geht denn ab bei diesen Pinkeln? Wingman-Server. Kaputt. Kaputt, lächerlich, ey. Weißt du, da will ich einmal nicht gegen Cheater und dann sowas. Ping-using. Okay, lang einer. Gott, ich kann den Ultraschneid schon... ...die Mitte passiert haben. Der kommt lang. Hat er gemeint. Er kann mir in die Hose kacken. Äh. Lächerlich. So. Krass. Krass, krass, krass. Wie leicht das gerade geht. Ich weiß noch, wir haben Wingman ganz am Anfang gespielt, als die Operation ganz neu war. Da ging's, glaube ich, nicht so extrem einfach. Ne? Ich bin flasht. Also ich. Ne. Tot. Auto-Noob. Auto-Noob. Scheiße. Wo ist die KKK-Noobs? Da kommen sie angerödelt. Lass mal beide, also long und short mollien und einfach mal warten, bis sie draufkommen, oder? Ja. Ich mollige jetzt mal. Ja. Also ich denke, eh, dass sie jetzt wahrscheinlich Apartments kommen. Einfach aus diesen Gründen der Autohaftigkeit. Oder auch nicht. WTF? Nein, aber glaube ich lang. Ich habe hier gerade irgendwie noch einen Shot verspürt. Okay. Ja, short ist was. Ist down. Ich glaube, short ist noch einer. WTF? Der hat mich voll verarscht. Der kam aus dem Connector raus. Ich habe voll die Korne abgelehnt. Ja, krass, Mann. Kann man Banane komplett sich hintenrum durchlaufen? Nein, nein, nein. Der muss sich vorgedrückt haben in dem Moment. Ah, okay. Wo ich gerade nicht hingehört habe. Okay, leicht. Okay, jetzt haben wir Teamwechsel. Shit, Mann. Shit, ja. Fuckin' ich. Oh, soll man einen Tech-Nine-Run machen? Naja, ich fleisch Richtung short, dann rennen wir einfach für die Verrückten. Okay. Also, okay. Boah, ich habe wieder geleckt. Oh! Oh, 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 oh. Scheiß die Wand an. Alter, verwalter. Krass. Rang 5. Locker flockig, Mann. Ich bin, also, ich bin wirklich sehr zufrieden mit unserer Leistung gerade, was, also, irgendwas stimmt nicht mit den Ranks, beziehungsweise mit den Gegnern. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist jetzt, vielleicht haben die Valve irgendwas geschafft, um das Matchmaking und das Wingman richtigzustellen. Das, irgendwie Smurfen geht nicht mehr oder so, keine Ahnung. Das war natürlich ziemlich tight. Das war natürlich ziemlich tight. Ich, 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 naja, okay, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Werder, sag doch was. Ja gut, äh, Eiskaffee. Ich, 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 ich,